Hallo, wir begrüßen Sie im Stadion, Frank Buschmann und Manny Bräugmann. Wir hoffen, dass wir spannende Fußballunterhaltung für Sie bereit haben. Wo steht der HSV aktuell, Buschi? Heute beginnt die Saisonvorbereitung und dieses Team hat nur ein einziges Ziel und das heißt Meistern. Die Anziehungskraft der Erde hat versagt, er bleibt oben. Marcel Jansen. Ja, so kann es weitergehen. Rinkon. Und das macht er richtig, Achtung, Kopfball. Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Und Heiko Westermann. Rinkon. Jetzt könnte es gefährlich werden. Bucca. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Das sieht gut aus. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Da sind die Einwurfspezialisten gefragt. Das muss es sein! Der Kopfball. Ah, das war haarscharf. Bucca. Rinkon. Van der Vaart. Pass geht raus. Jetzt soll es über die Außen gehen. Stark gemacht. Van der Vaart. Da freut sich der Trainer. Schade, gut gedacht. Und der kommt genau an. Das wird ganz gefährlich, Achtung! Das ist ein ganz einfacher Ball. Da sagt der Torhüter, danke. Und nun Iwischwitsch. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Ja, ja, so geht's auch. Gut abgefangen hat er da den Ball. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Schnell passen und dann die Lücke finden. Das ist jetzt die Parole. Ein sehr schöner Pass. Unglaubliches Tor! Und nun Iwischwitsch. Und nun Traoré. Ein Virtuose, ein Künstler. Der kann alles am Ball. Der könnte passen! Auf der Linie hat er ohnehin seine Stärken. Den hat er super rausgeholt. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert. Denn es gibt Eckball. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Die sah im Ansatz gut aus, die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. So sieht ein Pass aus. Ah, über die Flügel. Da soll jetzt mehr kommen. Sicher in der Ballbehandlung. Und diesen Flankenball müsste sich der Verteidiger holen. Macht er auch. Und nun Iwischwitsch. Vandervaard. Und die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Ein wunderschönes Zuspiel. Und jetzt ins Tor. Und jetzt haben sie die Schock. Und er versucht es mit dem Kopf. Und er versucht es mit dem Kopf. Vandervaard. Ja, so kann es weitergehen. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Wer besaß den Ball? Wie lange? Die Ballbesitzstatistik. Vandervaard. Jetzt haben sie zu ihrem Spiel gefunden. Rinkon. Und das macht er richtig gut. Und da will er aus dieser Distanz etwa ein Tor schießen. Ja, vielleicht war die Entfernung doch zu groß. Und schon wieder Eckball. Aus dieser Ecke ist nichts geworden. Und der Gegner ist schon wieder am Ball. Ja, da kommt was auf uns zu. Das sieht gut aus. Und! Oha! Da war ordentlich was dahinter. Und der Torwart, er ist da. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Bestmann! Jetzt schießt er! Und! Eine knappe Pausenführung. 1 zu 0 nach 45 Minuten. Ein paar mehr Tore. Das wäre es gewesen. Aber wir setzen ganz auf Halbzeit 2, Buschi. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, Manni. Da muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Der Unterhaltungswert ist bisher überschaubar. Und der Steilpass, er kommt nicht an. Jetzt greift er ihn an. Van der Vaart. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Guck mal hin! Und noch so eine super Parade. Das nimmt kein Ende. Wie wollen die den überhaupt noch bezwingen? Bestmann! Überhaupt kein Problem für den Keeper. Ja, das hat er kommen sehen. Als hätte er es geahnt. Sauber gespielt. Und er war sofort zur Stelle. Und konnte die Gefahr dadurch abwenden. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Rinkon. Gutes, schnelles Passspiel. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Ja, das könnte was werden. Und der Angriff abgefangen. Das ist es! Gut geklärt hier. Und damit ist die Gefahr erstmal gebannt. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Stark gemacht. Und jetzt hat er den Platz, den er braucht. Und da ist die Fahne oben. Oh, ich glaube, das war aber ganz knapp. Fahne ist oben und das völlig zurecht. Und wenn wir nochmal hinschauen, es ist knapp, aber es ist abseits. Auf der Trainerbank, da bist du manchmal ziemlich machtlos. Aber einen neuen Mann, den kannst du noch immer bringen. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ein herrlicher Pass. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Tolle Ballkontrolle. Jetzt ist er ganz frei durch. Ibišević. Tor. Ausgleich. Und das genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir reiben uns die Augen. Einmal, zweimal. Das ist eine riesen Überraschung, dass die jetzt plötzlich einfach mal ein Tor machen. Also bin ich auch ganz ehrlich, Manni, habe ich überhaupt nicht mehr mitgerechnet. Aber das nennt man dann wohl gute Chancenverwertung. Vandervaert. Rincon. Da freut sich der Trainer. Es muss Einwurf geben. Marcel Jansen. Und der kommt genau an. Ein sehr schöner Pass. Sauber geklärt. Und nun Martin Harnik. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, tolle Chance. Oh, Achtung, Kopfball. Ja, mit dem Unentschieden. Da sind sie nicht zufrieden. Sie drücken jetzt hier auf den Führungstreffer. Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt nochmal auszuwechseln. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und weg ist der Stürmer. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Van der Vaart. So sieht ein Pass aus. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Sicher in der Ballbehandlung. Rinkon. Das wird ganz gefährlich. Achtung. Sie geben sich mit diesem lachhaften Unentschieden nicht zufrieden. Sie wollen in Führung gehen. Das merkt man. Hat er noch ein paar Assi im Ärmel, der Trainer. Er bringt nochmal einen neuen Mann. Der nächste Treffer. Er könnte die Entscheidung bringen. Ein wunderschönes Zuspiel. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Klasse. Wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Und per Kopf. Sofort abgezogen. Und mit all seiner Routine. Und mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Jetzt müsste die Flanke kommen. Nein, das kann er viel besser. Viel besser als in dieser Situation. Nach 90 Minuten ist die reguläre Spielzeit vorbei. Aber es geht weiter. Denn das Spiel steht unentschieden. Universität in Kürze. Dresden... 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 Dresden...